Solange die Kampfstation nicht voll einsatzbereit ist, sind wir verwundbar. Die Rebellen sind hervorragend ausgerüstet. Die Gefahr ist größer, als ihnen klar ist. Gefahr besteht für ihre Sternenflotte, Commander, aber nicht für diese Kampfstation. Die Rebellion wird noch weitere Unterstützung im Imperialen Senat finden, wenn wir nicht endlich... Um den Imperialen Senat brauchen wir uns in Zukunft nicht mehr zu kümmern. Ich habe soeben die Nachricht erhalten, dass der Kaiser diesen Rat aufgelöst hat, für immer. Die letzten Überbleibsel der alten Republik sind damit beseitigt. Unmöglich! Wie will der Kaiser ohne den bürokratischen Apparat die Kontrolle behalten? Die Regionalgouverneure haben jetzt direkte Kontrolle über ihre Territorien. Furchtend, dass die lokalen Systeme gefügig machen. Da sind die Knappe ab! Geh zurück zum Sippen! Wo willst du hin? Komm zurück! Er hat wirklich Mut. Was haben wir davon, wenn er sich umbringen lässt? Kommen Sie! Aaaaaah! Juck! Oh, du tatest mein Tralala! Hm, my Ding Ding Dong! Oh, you touch my tra-la-la